Kommen wir noch mal zur App. Du hast gesagt, oder beziehungsweise ich habe es gehört, ich kenne es ja noch nicht, ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Ihr habt den Better Route Planner irgendwie integriert. Kannst du uns diese Funktionalität jetzt noch mal zeigen? Flaksurfen. Hier soll Plaksurfing sein. Hallo Julian. Und da ist ja schon Bettina. Hi, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, super, dass wir hier bei euch sein können heute. Du erzählst uns nachher mit James ein bisschen was über die App. Ja, genau. Aber bevor das losgeht, zeigst du uns ein bisschen Plaksurfing? Genau. Okay. Bist du bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Dann stehst du auch schon mitten im Zentrum des Geschehens. Das ist hier unser kleines Foyer. Okay, dass man vielleicht nur schwer erkennt, dadurch, dass hier alles offen ist. Aber genau, das ist hier unser großer Arbeitsraum. Wir haben hier so ein Free Floating System. Man hat hier eigentlich normalerweise keinen festen Arbeitsplatz, sondern man schaut halt eben, was... Jeder geht dahin, wo er jetzt gerade am besten arbeitet. Genau, normalerweise schon. Wir haben hier Besprechungsräume. Also wir sind 40 Mitarbeiter und ich glaube 30 unterschiedliche Nationalitäten. Also wir kommen ja wirklich aus allerher. Hat sich das in der Geschichte von Plaksurfing so entwickelt oder war das ein Zufall? War das gewollt? Naja, also... Noch nicht typisch für alle Unternehmen, ne? Genau. Also man muss natürlich sehen, bei Plaksurfing sind die Gründer ein Holländer und ein Engländer. Und da war noch nicht mal wer Deutsches mit dabei bei der Gründung. Also es kam dann später ein CCO, der halt eben Deutscher war. Aber ansonsten war das immer schon international angelegt. Auch die Office-Sprache. Office-Sprache war auch immer schon Englisch. Das hat sich... Und es gibt natürlich eben auch anderen... Also Menschen, die halt nicht Deutsch sprechen, auch die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Was natürlich super wichtig ist, weil natürlich Deutsch, nicht Deutsch sprechen zu können, kein Ausschlusskristallium sein sollte, um sein Talent auch glücklich machen zu können. Und die Frage aller Fragen, wieso seid ihr eigentlich in Berlin? Ich meine, gut, Berlin is the place to be, aber warum seid ihr gerade in Berlin? Also weil die Gründer hier aus Berlin kommen. Also denke ich mal. Und es ist natürlich auch hier eine super Atmosphäre. Wir saßen relativ lange auch zusammen mit Hubjack zusammen auf einem Campus. Da hat man natürlich kurze Wege. Wir saßen auch mit E-Beat zusammen. Wir waren da auch um die Ecke. Das hat sich dann halt alles so ein bisschen ausdifferenziert. Aber letzten Endes ist hier einfach auch das Umfeld für ein Start-up, gerade im Bereich Elektromobilität, total fruchtbar. Ihr wart vorher am EURES Campus? Genau. Das ist schon ein bisschen länger her. Also da habe ich noch nicht bei Plugshaffin gearbeitet tatsächlich. Aber da sind eben auch unsere Wurzeln eben auch dicht bei den anderen Firmen in dem Bereich, in der Branche. Genau, das hilft natürlich total. Wahnsinn. Okay. Jetzt 2020 ist ja das Jahr, in dem E-Mobilität so irgendwie so durchstartet. Also zumindest kommen viele Modelle. Merkt ihr das, dass die Nachfrage nach Wadeschlüsseln... Oh ja, wir merken das absolut. Das ist auch richtig schön zu sehen, dass halt die täglichen Ladesessions, die wir in unserem Netzwerk haben, kontinuierlich wächst. Aber eben auch die Ladeschlüsselbestellungen wachsen. Also man sieht definitiv, dass der Markt gerade anfängt loszugehen. Das merken wir absolut. Sehr cool. Dann würde ich sagen, werfen wir jetzt mal einen Blick auf eure App. So, bei mir sind jetzt Bettina und James. Stellt euch nochmal kurz vor. Ja, hallo. Ich bin Bettina Riepenberg. Ich bin hier Head of Key Account Management und werde euch hier die neue App vorstellen. Dann mit James. Und ich bin James East. Ich bin Produktleiter für Plugsurfing. Und ich habe in Berlin seit drei Jahren gewohnt, aber mein Deutsch ist noch nicht so gut. Dein Deutsch ist schon sehr viel besser als mein Ungarisch. Also von daher. Bettina, ihr habt eine neue App gelauncht oder seid kurz davor. Wie ist der augenblickliche Status der neuen App von Plugsurfing? Am Mittwoch werden wir die App launchen. Okay, cool. Heute ist Montag. Das heißt, wir kriegen so einen exklusiven Preview, sozusagen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sind gespannt. Leg los, zeig uns ein bisschen die App, dass wir ein bisschen sehen, was ihr euch Neues habt einfallen lassen. Was so Besonderes ist in der neuen App. Und dann schauen wir einfach mal rein. Genau. Sehr gerne. Genau, man sieht ja hier gleich meinen Bildschirm. Erstmal, auf den ersten Blick, sieht das gar nicht so anders aus wie unsere letzte App. Es ist auch immer noch, die neue App wird auch immer noch Plugsurfing-App heißen. Es ist jetzt noch ein neuer Bild mit neuen Features. Was sich jetzt verändert hat, ist unten, dass Frameless-Menü sozusagen nach unten gerutscht ist. Man sieht nach wie vor die Karte und man sieht eben auch nach wie vor, wenn man hier auf eine Station einmal tappt, Informationen zu der Station und auch hier gleich auf den ersten Blick den Preis der Station. Also hier unten, hier sieht man die 43 Cent pro Kilowattstunde. Man sieht auch sofort, wer ist der Betreiber, welche Stecker sind frei, welche sind besetzt. Also alles beim Alten, auch nach wie vor die Fotos, wenn sie vorhanden sind. Und es wird jetzt eben auf Connectorebene, also pro Ladepunkt der Preis angezeigt, wo das durchaus auch mal variieren kann. Wenn da jetzt eine Ladestation ist, die einen Typ 2, einen CCS-Stecker hat, dann sind das unterschiedliche Preise. Das wird jetzt halt auch eben so etwas übersichtlicher eben auch angezeigt. Man kann sich nach wie vor dazu zu der Ladestation navigieren lassen und einen Ladevorgang mit der App starten. Das hat sich nicht verändert. Das, was dort angezeigt wird, ist das verändert worden aufgrund von Feedback von den Nutzern? Absolut, genau. Wir haben für die Erstellung der neuen App, haben wir eine UX-Designerin eingestellt, die auch tatsächlich zu Autofahren, zu Elektroautofahren umgegangen ist, diese interviewt hat. Es gab qualitative Interviews. Man hat sie gefragt, was würde euch denn jetzt hier eigentlich helfen? Und so zum Beispiel ist auch neben dem Typ 2-Stecker jetzt auch ein Typ 2-Stecker-Symbol. Es ist nur ein kleines Update. Also es ist eigentlich noch nichts Weltbewegendes, aber für jemanden, der sich zum Beispiel gerade ein neues Elektroauto gekauft hat, für den ist ja CCS Typ 2, Tesla Typ 2, Scamp oder was auch immer, sind das ja Böhmische Dörfer. Und wir wollen es natürlich so einfach wie möglich machen für den Elektroautofahrer, sodass wir hier eben auch direkt neben die Stecker auch die Symbole abgebildet haben, so damit direkt auf den ersten Blick erkennbar ist, welcher Stecker ist das denn jetzt hier eigentlich. Also ich finde das sehr, sehr gut, weil wir ja selber auch die Erfahrung machen, dass wir häufig gerade jetzt an Ladestationen kommen und da stehen Leute, die haben seit zwei Stunden ihr Elektroauto und haben keine Ahnung, welcher Stecker ist das und wie heißt der und wieso heißt der so und so und so und so. Und ist es so, dass ihr für unterschiedliche Elektroautos, eine Zoe, ein Tesla, was weiß ich, ein Kona, was auch immer, so eine Profile hinterlegt habt, wo man, wenn man sagt, ich habe eine Zoe, wird nur automatisch Typ 2 angezeigt oder ich habe ein Kona, dann wird Typ 2 und CCS angezeigt oder stellt man sich das selber ein. Wie ist das im Moment in der App? Do you have kind of profiles for different kinds of EVs? Yes, yes we do. So we have in our server the details of lots of different EV models and when you create your account or when you later on in the app, you can tell us what car you have and we will automatically choose the right connectors that you will have by default. If you then have an extra adapter, for example with the Tesla car, if you have the Chadimo adapter, then you can add that to your filters in the app and we will remember that. So next time you come back into the app, we will remember that you've got the Chadimo as well. Ich übersetze einfach mal ganz kurz, was er gesagt hat. Du kannst ja mal gucken. Also James hat erklärt, dass man beim Anlegen des Accounts hinterlegt, welches Auto man hat und dass es eine Datenbank gibt auf dem Server und dass dann entsprechend zum Auto die richtigen Ladestationen angezeigt werden. Wenn man aber ein Fahrzeug hat, wo man verschiedene Adapter noch verwenden kann, zum Beispiel beim Tesla den Chadimo Adapter, dann kann man den noch hinzufügen. Diese, James, this database for the profiles, for the different EVs is updated continuously? Yes, absolutely. As we get new details of new models from manufacturers or any users who want to suggest a car that we don't have, can get in touch and we'll update it. And as soon as we update it on our server, it's updated in the app as well. Okay, that's great. I think that's really a great feature. Das ist ein tolles Feature, was ihr da gemacht habt. Wir haben ja vorne gesehen in dieser Zeitschrift, Vision Mobility oder wie das hieß, da war so eine Riesenliste an neuen Vektro Autos, die jetzt kommen. Und das ist natürlich eine super Hilfe, gerade für Einsteiger. Bettina, ein Thema, was auch auf unserem Kanal immer wieder diskutiert wird, ist dieses Thema, woher weiß ich, was es kostet? Und kann ich wirklich sicher sein, dass es das kostet, was jetzt bei euch in der App steht? Wie könnt ihr das sicherstellen, dass das wirklich so ist? Also du hast es uns ja gezeigt, 43 Cent an irgendeiner Ladestation. Wie aktuell könnt ihr diese Preise halten? Also zunächst einmal ist es absolut bewusst, dass es für unsere Elektroautofahrer super wichtig ist. Deswegen haben wir auch, das ist noch ein weiteres, neues, tolles Feature, das ich vorstellen möchte. Man kann nämlich eben hier in der App, wenn man nach Filtern, also wenn man Filter hat, kann man eben auch nach verschiedenen Preismodi filtern. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur basierend auf Kilowattstunden laden oder ich möchte nur basierend auf Zeit laden oder nur mit einer einmaligen Gebühr oder nur kostenfrei. Also man kann jetzt eben auch schon vor der Suche herausfiltern, wie man gerne bezahlen möchte, wozu man bereit ist und wozu man nicht bereit ist. Genau, das ist natürlich auch eine tolle Hilfe für den Elektroautofahrer. Also das finde ich auch eine klasse Sache. James, kannst du uns kurz mal sagen, can you tell us, how long did you, how long time did it take to develop this new version from your app? So we started working on this app in, well, the design work started in July last year, looking at feedback from users of the existing app, going out and interviewing electric car drivers and doing, you know, the whole design research. The actual programming work started in August. So we've been working on this and it's been completely rebuilt from scratch over a period of sort of seven months so far. And obviously we will continue to work on it as well over the next few months. Okay, also James hat erzählt, Sie haben etwa sieben Monate gebraucht, um diese App komplett von neu zu programmieren. That's right, from scratch means komplett neu. Ja, okay. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Mariettina, ich habe gerade gesagt, ich habe dich, glaube ich, gar nicht ausreden lassen. Wir waren bei dem, tut mir leid, wir waren bei dem Thema, wie aktuell können Europreise sein. Genau, also zusätzlich zu den Filtern, die wir eben gerade gesehen haben, ist es so, dass der Preis, der abgebildet wird in der App, auch direkt aus unserer Datenbank kommt. Das heißt, es kann jetzt eigentlich nicht passieren, dass ein anderer Preis angezeigt wird, als abgerechnet wird, weil der Preis immer dieselbe Datenquelle hat. Die Datenquelle, also wir haben hier ein ganzes Team, ja, das ist auch besonders an Plug-Surfing, würde ich mal noch sagen, wir haben ein ganzes Team, das sich nur mit der Qualität der Daten hier auseinandersetzt, damit diese immer zuverlässig und richtig sind. Bevor wir noch zu einem weiteren Feature von der App kommen, auch nochmal eine Frage. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, New Motion ist ja abgemahnt worden von der Verbraucherzentrale, wegen dieser Preisgeschichte. Also ihr kennt ja die Diskussion, wir haben sie auf dem Kanal auch schon x-mal gehabt, die Preise werden eben nicht an der Ladestation angezeigt, sondern man muss in die App gucken. Das ist nicht gut, wenn ich nur meine Karte dabei habe, meinen Plug-Surfing-Chip, der Chip zeigt mir den Preis nicht an, ich halte den Rand nicht klar, ich weiß nicht, was ich bezahle. Ich bin gar nicht auf dem Stand, wie eigentlich dieses Verfahren jetzt ist bei New Motion. Habt ihr da auch schon irgendwie einen Brief bekommen von der Verbraucherzentrale oder sowas in der Richtung? Glücklicherweise nicht. Also was The New Motion im Spezifischen angeht, hat die Verbraucherzentrale sich ja auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von The New Motion berufen und in denen ging hervor, dass der Kunde in der Pflicht ist, sich die Preise im Vorfeld herauszusuchen. So wurde das zumindest kommuniziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die AGBs nicht im Einzelnen wirklich durchgelesen. Was bei uns ähnlich ist und was auch bei allen anderen auf dem Markt ist. Es ist so üblich, der Markt wird aufgeteilt in Ladestationsbetreiber und Abrechner. Das bedeutet, dass eben genau der Preis nicht an der Ladestation steht oder eben auch steht, aber für verschiedene EMPs, also Abrechner verschiedene Preise manchmal eben auch gelten. Deswegen ist es wirklich so, dass der Kunde, je nachdem womit er abrechnen möchte, eben da dieser Preis zur Verfügung steht. Das ist natürlich im Handling nicht optimal, deswegen machen wir es auch so einfach wie möglich. Wir bieten, wir forschen gerade so ein bisschen an auch Abos, die wir unseren Kunden alle bieten können, um es so einfach wie möglich zu machen für den Elektroautofahrer. Wir haben zum Beispiel gerade das PlugSurfing Plus Programm in Belgien laufen. Da gibt es dann halt einen festen Preis pro Monat und dann nur einen Preis, zu dem abgerechnet wird für AC und DC. Das ist glaube ich noch, oder eben hier in Deutschland testen wir gerade ein Abo-Modell, wo es nur einen einzigen Preis gibt, sowohl für AC und auch für DC. Also das ist ja wirklich nur ein Preis mehr. Genau, das ist so ein Stück weit einfach dem Elektromobilitätsmarkt geschuldet. Wir haben in Deutschland über 200 verschiedene Anbieter, die haben alle andere Preise. Das ist einfach im Moment der Markt und wir als PlugSurfing sehen uns aber auch in der Verantwortung, definitiv auch dem Nutzer gegenüber ein Angebot schaffen zu können, das es für ihn macht, einfach zu laden und sich wirklich da nur einen Preis zu merken. Bevor wir jetzt auf die App nochmal kommen, ich glaube, ihr habt noch ein sehr spannendes Feature drin, den Better Root Planner, können wir auch gleich nochmal reingucken, vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung dazu. Es wird ja immer der Elektromobilität vorgeworfen, das ist ein totales Preischaos. Ja, es gibt verschiedenste Anbieter und so weiter. Ganz ehrlich, man muss mal bei den Tankstellen gucken, da ist es nicht viel anders. Da ändern sich die Preise auch ständig und vor allem gibt es dort auch eine Vielzahl an Kundenkarten, Ladekarten, Spezialrabatt. Ich habe jetzt gerade bei Lidl irgendwie einen Gutschein gesehen, da gibt es 3 Cent, dann gibt es bei der Postbank 1 Cent Rabatt. Also das Chaos ist eigentlich da, genauso wie bei der Elektromobilität, wobei man hier einfach in der App den Preis ersehen kann. Genau. Also Use the App, auf Deutsch gesagt. Genau. Okay. Also was sozusagen die Tankstellenbetreiber ein bisschen einfacher haben, ist natürlich das riesengroße Schild vor der Tankstelle, wo dann eindeutiger Preis ausgewiesen ist, was es bisher an Ladesäulen noch nicht gibt. Und wenn, dann müsste es auch pro EMP eine Säule geben, also pro Abrechner. Kommen wir nochmal zur App. Du hast gesagt, oder ich habe es gehört, ich kenne es ja noch nicht, ich habe es ja auch noch nicht gesehen, ihr habt den Beta-Root-Planner irgendwie integriert. Kannst du uns diese Funktionalität jetzt nochmal zeigen? Oder James vielleicht. Well, so not yet. So that's the bit what we work on now. So this is the first release of this completely rebuilt app. And now we're going to start working on the routing function, which, as you say, will work with a better route planner. It will work, and I can show you a quick preview of the screen, it will work by the user telling us what car they've got, and it will ask you, it will know where you are, obviously, and it will ask you where you're going, what your current battery state is, and what you want by the time you get there. Okay, let's make a short break for me to translate. Yeah, I can't tell you anything else. Also James hat erzählt, sie planen jetzt ab jetzt sozusagen den Beta-Root-Planner in die App zu integrieren, was, glaube ich, ein großer Fortschritt für alle Elektroautofahrer sein wird, weil dieses Thema, wie komme ich von A nach B, muss ich mir vorher stundenlang Gedanken machen. Und sie planen das so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eingibt, was man für ein Auto hat, dass die App weiß, wo man ist, dass man eingibt, wo man hin will und welcher State of Charge in der Batterie vorhanden ist. Genau, man kann, also... Gibt man den selber ein? Yes. You have to tell the App your State of Charge. In the first version, yes. So, I'll show you here on my phone, where I have the preview. So, the routing tab will know where you are. We're in Berlin. In this version, I have to type it in, but it will know where you are. And then, where are we going? So, let's say I'm going to Munich. A piece of cake. Yeah. And there we have the route drawn. And you can see here... That's very quick. That's very quick. That's very quick. Wow. Then, what it'll do is work out where the best chargers are for you. So, here we're saying, I've got 100% battery right now. I need at least 15% when I arrive. And then, we will work out where you need to stop along that route. Okay. I'll make a short break. Sorry for that. James hat uns jetzt gerade hier gezeigt, wie schnell man eingeben kann, wo man ist und wo man hin will. Das, wo man ist, wird demnächst noch automatisiert. Wahrscheinlich über GPS. Okay? Ja, genau. Genau. Okay. Und dann gibt man im Prinzip per Hand ein den aktuellen State of Charge und mit welchem State of Charge man ankommen möchte. But I think that's a very unique feature. the State of Charge at your destination because you might want to go on. Yeah. If you arrive there, have a short break for half an hour, then you have to go another 50 Kilometer, something like that. So, it's important to have a specific State of Charge on your destination. Yeah. That's right. Also, ich habe nur gerade gesagt beziehungsweise mich noch mal vergewissert, dass es wirklich, finde ich, super gut ist, auch einzugeben, mit welchem State of Charge man dort ankommen möchte. Es kann ja sein, dass man nur eine halbe Stunde Pause hat bei einem Geschäftstreffen, was auch immer, und dann auch noch mal zum Hotel weiterfahren will. Und dann weiß man, dass man auch garantiert beim Hotel ankommt. Das ist cool. That's very cool. Okay. What we'll do as well to begin with is just use sensible defaults for a lot of the other settings. But we're working as far as possible with car manufacturers and with manufacturers of plug-in accessories so that we can get these details directly from the car and use them via OBD. Exactly. Okay, that's great. Okay, Sie arbeiten also daran, dass der State of Charge der Batterie in Zukunft automatisch ausgelesen werden kann, zum Beispiel über OBD-Schnittstelle. Yeah. But to keep it simple, things like weather, where obviously the temperature outside can make a difference in how quickly you can charge and how quickly you use the electricity, we will look those up. Okay. So we can collect those automatically on our side in order to feed those into the engine that actually calculates the route and the charges. I can imagine that this is not a piece of cake to do that, right? Indeed not. We're working with, you know, a very good partner in a better route planner who have a lot of experience in this area and that's, you know, why we chose them because they provide the best engine for calculating the route. So you will have, I guess, temperature, wind, maybe elevation, something like that? Oh, that's cool. Also, the App will in the future also berücksichtigen die Wetterdaten, die sie einbauen. Sprich, ob du Gegenwind hast, wie kalt, wie warm es ist draußen und auch zum Beispiel, ob du bergauf oder bergab auf der Strecke fährst, weil das ist echt, selbst wenn man nur zur Ostsee fährt und das sind 50 Meter auf 250 Kilometern, das merkt man, volle Pulle beim Verbrauch. Ja, man fliegt hin, aber zurück muss man klettern. Okay, so this is coming up. So, and for the charging, the App, what can it do for me? Well, does it show me the charging stations and how long I will have to charge there? Yes, yes, it will. So it will tell you the best place to stop that's compatible with your vehicle and it will tell you how long you need to stay there and it will also tell you the cost. Okay. So once it's worked out how much energy you need, how long that will take for you to charge, then it will tell you approximately how much you will pay in currency for that charging session. And this is coming up in the next month? This is coming up within the next couple of months, yes. Okay, so, das ist klasse. So, das ist klasse. Tolles Ding. Ich hatte ja die, ich weiß nicht. Ja, man kommt, man kommt, man kommt. Okay, James hat gesagt, dass diese ganzen Features, die er eben angesprochen hat, also die App such dir raus, welche Ladestation brauchst du, wie lange wirst du dort laden, was wird es kosten, dass das alles jetzt nach und nach in die App eingearbeitet wird, so dass man hinterher im Prinzip sich eigentlich nur noch ins Auto setzen muss und losfahren, ohne viel drüber nachzudenken. Genau so soll es sein. That's great. Toll. Okay, willst du noch was zu der App zeigen? Habt ihr noch ein Special am Schluss oder sind wir durch? Do we have anything? Yes, there's a couple of other Features I can show you. Ah! One more thing. One more thing, indeed. So, in our new Account Management Area, as well as having your Main Account Details, which now has a very nice looking Virtual Card to show you your Charging ID, we have Management to Payment Methods, so we now have full Management to Payment Methods in this Version, so you can obviously add a credit card or a PayPal account, you can also add separate direct debit, so we can now bill directly to users' bank accounts, and you can redeem vouchers through the App as well now, so where we have partners who give out vouchers, certain card dealerships and so on, those can now be redeemed in the App, which previously you'd have to go on the web to do. Short break. James hat gesagt, Sie arbeiten also jetzt unter anderem auch daran, verschiedene Bezahlmethoden zu hinterlegen, das heißt, ihr selber könnt eure Lieblingsbezahlmethoden hinterlegen, PayPal, Sepalast, Schriftverfahren, aber auch Gutscheine, die man vielleicht von irgendwo bekommt, das bringt mich schon wieder zu dem Thema Laden im Handel, dass man vielleicht von Kaufland, von Nidl, von Aldi irgendwann mal Gutscheine bekommt, die man hinterlegen kann, vielleicht, Thema Laden zum Handel machen wir demnächst auch noch im Video, frage dich mal reinwerben, vielleicht kannst du das besser übersetzen als ich, meine Frau bekommt zum Beispiel von ihrer Arbeitgeberin Gutscheine für eine Tankstellenkette, also Benzin, und ihre Arbeitgeberin hat immer gesagt, es gibt so etwas nicht für Elektro-Tankstellen, also es gibt keine Arbeitgeber-Gutscheine, die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer als Gehaltsumwandlungssystem geben kann, für den Bereich Elektromobilität, wisst ihr da irgendwas? Weil wir kriegen immer wieder auch so die Fragen nach dem Motto, ja, wenn mein Arbeitgeber mir jetzt einen Plug-in-Hybrin zum Beispiel gibt oder ich kaufe mir halt ein Elektroauto und mein Arbeitgeber möchte mir eine Art Gehaltserhöhung geben, dann gibt es ja diese Gehaltsumwandlung oder ich weiß nicht genau, wie das heißt, in Form, die kriegt immer so eine 44-Euro-Gutscheine, das ist irgendwie so eine 44-Euro-Gutscheine, den sie dann bei einer Tankstelle einlösen kann. Die stapeln sich natürlich bei uns zu Hause, weil wir die eigentlich nicht brauchen, aber irgendwie haben wir jetzt die und die Frage ist immer, gibt es so etwas auch für den Elektro-Bereich? Also wir können es absolut darstellen und anbieten. Okay, also ihr könntet das auf jeden Fall machen. Genau, deswegen sind auch eben jetzt die Vouchers oder die Gutscheine jetzt auch eben in der App eingestellt, weil das eben so ein zentraler Punkt auch für uns geworden ist. Genau, wir können Gutscheine in jeder Höhe und in unterschiedlicher Anzahl herstellen und sie natürlich eben auch Arbeitgebern zur Verfügung stellen für solche Regelungen. Wir können eben sogar noch ein Stück weiter gehen. Wir haben ja unsere eigene Schnittstelle, OYY, eine technische Schnittstelle, die man eben zum Beispiel auch zu einem Arbeitgeber-Abrechnungssystem wie SAP installieren kann, sodass eben auch die Abrechnungsdaten dort direkt also nicht manuell, sondern direkt automatisch eingespielt werden. Sowas können wir eben auch darstellen. Also wir sind da eigentlich wirklich total breit aufgestellt. Auch mit unserer eigenen API gibt es da super viele Möglichkeiten, auch Services wie diese abzubilden. Also genau, Gutscheine ist überhaupt kein Thema und eben auch die Anbindung an Abrechnungssysteme ist auch überhaupt kein Problem. und das lässt sich eben auch mit unserer Technologie darstellen. Das ist beeindruckend. James, another? I have two other maybe one last or two last pictures. I have two other, yes, new things that we can show you. So one is managing your charging keys. So if you have our RFIDs, which you can obviously add multiple ones to your account, you can now give them individual names. So when they come onto your bill, you can see the ID that's printed on the key, but also, you know, if you've got one for different people in the family or if you've got multiple cars, you can give them different names and see which key was used for each charging session. Okay. And you can also block and unblock the keys in the app. So if you lose a key now, instead of having to get in touch with us and call to get it blocked, you can just go in the app and hit deactivate and that will block it from our see you. That's not bad. I'll just say it just briefly. It's also also the possibility to give, if you've got different Ladeschlüssel from PlugSurfing to use, to give them a name, like Steve and Julian and then I can on Steve's Ladeschlüssel and you see it then. That's of course kind of You can't try it. A very cool feature and you can't these Ladeschlüssel block if you lose. It can happen. That's clear. That's also in the jetzigen app sogar schon. Okay. Das blockieren geht auch schon in der jetzigen version. Das neue ist, dass sie jetzt eben Namen haben. Das finde ich gut. Ja, sehr gut. Weil vorher auf dem Ladeschlüssel ist jetzt sonst immer nur so ein FCO-ID, so eine kriptische Nummer, die E8PS, ein Sternchen dazwischen. Genau, und jetzt kann man den auch in E8PS planen. Okay, cool. And then finally, the Charging History section now includes Bills as well as Sessions. So previously in our app, you could see your previous sessions and those are obviously still present, but what we've added now is the ability to view your bills. So again you don't have to go on the web you don't have to search through your emails. All of your bills are now in the app and you can view them directly and see if the market is paid. Das ist toll. Super. Auch das übersetze ich nochmal zum Schluss. Ihr könnt also in der Flux Surfing App in Zukunft nicht nur die Lade Sessions sehen, wo ihr wie viel geladen habt, sondern auch die konkrete Rechnung. So dass ihr nicht mehr in E-Mails gucken , die ihr sowieso schon längst gelöscht habt, sondern ihr guckt einfach in die App rein und steht alles drin. James, Bettina, ich finde es faszinierend, was ihr auch für ein Engagement reinlegt in die ganze Sache. Vielleicht ist es auch für alle, die der Meinung sind, man muss unterwegs zum Haushaltspreis laden, dass das nicht realisierbar ist. Das alles kostet viel Zeit, das zu realisieren, diese Features, die Datenintegration, alles das, was ihr uns gezeigt habt, kostet unheimlich viel Entwicklungsarbeit, da steckt viel Server dahinter, die letztlich auch bezahlt werden muss. Vielleicht also für uns alle, sage ich jetzt mal, Elektroautofahrer, natürlich wünschen wir uns einen niedrigen Preis, aber bei diesen ganzen Services, glaube ich, kann man verstehen, einen Aufpreis zum Haushaltsstrom, der irgendwo dann auch damit gerechtfertigt wird. Bettina, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, James. Thank you very much. Danke schön. Und go on with your English, I was a German. I will go on with my Ungarisch. Whatever. ever.